Mögt ihr scharfes Essen? Also ich mag scharf nur in Maßen. Vor ein paar Jahren hatte ich einen Videocall mit einem Pro, wo wir uns gleichzeitig was zu essen bestellt haben und das im Videocall gegessen haben. Fragt nicht. Auf jeden Fall habe ich mir Chili Cheese Fries bestellt, weil die auf dem Vorschaubild richtig geil aussahen. Aber einmal probiert und ich bin durch mein ganzes Zimmer gerannt, bin gegen den fucking Schrank gesprungen und aufs Bett, so dass das Bett sofort in sich zusammengebrochen ist. Und das Ganze im Videocall. Ich sag euch, mein Pro hat sich vor Lachen nicht mehr eingekriegt. Schaut doch auch meine richtigen Videos und folgt mir auf Instagram. Danke.